Scherben bringen Glück. Was hast du heute vor? Ich muss erst mal hier aufräumen. Meine Wohnung ist ein Chaos. Da hast du recht. Ich helfe dir. Was kann ich machen? Nichts. Du sollst für deine Prüfung lernen. Nicht jetzt. Und ich will dir helfen. Zu zweit geht es schneller. Okay. Willst du das Bad putzen und ich räume das Wohnzimmer auf? Die Putzmittel sind hier. In Ordnung. So, das Bad ist sehr sauber. Was soll ich mit der Mülltüte machen? Lass sie da. Mensch, wir müssen noch das Geschirr abspülen. Stimmt. Ich brauche unbedingt eine kleine Spülmaschine. Übrigens, der Techniker für die Waschmaschine hat angerufen. Er kommt morgen gegen elf Uhr. Zum Glück. Ich habe einen Berg von schmutziger Wäsche. Danke, Cécile. Es reicht für heute. Darf ich dich ins Kino einladen? Es gibt diesen neuen Film. Oh nein! Tut mir leid. Ich habe ein Glas und einen Teller kaputt gemacht. Das ist nicht schlimm. Und Scherben bringen Glück. Ich muss hier aufräumen. Meine Wohnung ist ein Chaos. Willst du das Bad putzen? Die Putzmittel sind hier. Ich brauche eine Spülmaschine. Das Bad ist sehr sauber. Untertitelung. Untertitelung des ZDF, 2020